Musik Wir sind in Deutschland bei sonnigem Wetter gestartet, quer durch Österreich und dann durch die wunderschönen Alpen, um hier am Lago Superiore in Italien zu sitzen. Nachdem wir unser ganzes Deckel, Beiboot, Motoren, Ruten, Rollen etc. zu Wasser gebracht haben, sitzen wir nun nach einem gemütlichen Abendessen beisammen und hoffen, dass wir den ersten Fisch fangen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020